Ah ja, so läuft's. Oh, Tier ist da! Oh, Lui, hey Lui! Oh je. Ich muss so gut noch das machen. Ey, komm! Mann, echt. Prime ist da, a Red ist da. Äh, something metal, of course. How about the two blades? Ein unüberschädlicher Preis, hm? Yeah, Herr. Braincoat. 600. Jetzt weiß ich auch, was die Preise so bedeuten nach dem Kommentar. Sehr awesome. Uh, Alouette im Sailor Suit. So. Well, fine. Haha, nice. Awesome. Mini medley. Accessory. Reverse Ring. Okidoki. Einmal noch. Oh, Mann! Too greedy, too greedy. No, I don't want to buy this. Du kannst nicht heim, das ist in der Elfenwelt. Das ist schwer. Just Bonus. Awesome! News. Lots of sunshine for first. Yep. Wir gucken, dass wir keine Zuschlag kriegen. Was wird, ob keiner das Schild haben. Oh, sad. Sad. Ist irgendwas noch rot? Ah, nein. Und nochmal Open Store. Prime, Louis, Mini-Metal, no, fine. Ja, ich weiß, dass man hier nichts verkaufen kann. Für den normalen Preis. So. Trigodier, ha? Ja, komm, Mann. Ja, geh weg. Ich kann das nicht zahlen. Ich will das nicht zahlen. Dann freu ich's nicht mal. Yes, we can do this. Sofern wir nicht im Dungeon sind. Hallo, Mini-Metal. Ja, komm. Ja, komm. Hier, ich schenk's dir einen. Äh. Mann. Gar nichts. Oh, Mann. Du willst das Schild? Jetzt ist es wie ein Normalpreis? Oh, Mann. Oh, Mann. Awww. Hey, Tien. Mim Smith. Yes. Oh, Charm. Willst du Boots? Nein. Schild? Wie ist es denn denn? Oh, Mann. Ich kann das noch mal sehen. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadn. Das schild wie ein Knickswert? Das sind wir nicht mehr, was. Er ist denn? Ich weiß, was ist das mit dem Geld? Goldene Wagen, jetzt legen wir noch den, Giants Fist, das Ding hier, hoops, hey! Start, hm, ach ja, wird schon offen, dabei Kuchentag, Prime ist da, die Frau ist da, Charm ist da, Adam ist da, Sugi ist da, so, oh ne, so, machen wir die Frau, ah ja, that will be fun, that's awesome, hey, wir sind über 500.000 Picks, wir könnten die letzte Dinge bezahlen, lol, natürlich am Essen, ja, ist hiermit, jo, wir haben noch einen Bonus gekriegt, an Erfahrung, sehr gut, Mister Guildmaster, looking for treasure. Erst mit ner Waage, 25, was machen wir draus? Ja, komm, läuft, mit Herzle. Oh, Schuhe, schuhe. Metal Things. Kann mir was gescheites besorgen, wenn sie es eh anziehen tut, obwohl sie Degas schon hat, vielleicht ne neue Breastplate. Tag 24, News, the price of heavy armor has decreased. Okay, sweets has normalized. So, und mit dieser News entlasse ich euch und, na, obwohl, mit dem Schnitt sehen wir uns eh gleich wieder. Ich begrüße euch da nochmal. Bis dann. Tschö. So, weiter geht's. Ich bin der Norbert, ihr seht hier Rested Here und ihr seid bei The Phoenix Arts. So, was ist der Plan heute? Heute ist Sonntag anscheinend. Die Gilde ist zu. Jo. Gucken, was es hier zu sagen hat. News. Heavy armor decreased. Legas increased. Was sind wir hier? In zwei Tagen. Okay. Okay. So. Ach, ja. Hm. So. Mach mal zum Marschub auf. Ach, ja. Hm. Hallo, ich will jetzt nicht die abkaufen. Ok, na gut. Schokolade. Du willst ne Waffe. Hab ich da noch ne Ace Ball für dich? Ja hab ich. Awesome. Oh. Immer noch nicht. Frau? Ah, da ist sie wohl noch nicht so auf dem Level. Ein Pearl Shield für ihn. Ja, wieso nicht? Mh, ja. Alles ok, der Preis. Na, gar nicht so viele da. Und Arme? Ach komm, so. Auch so einen schönen Preis. Krim und Mary P. Straße. Der alte Herr. Kleidung. Oh, oh. Hm. Wie wer ist damit? That's it! Oh, ok. Wie ist das? Wild Master. Ja. 42. Immer richtig. Wir machen echt Geld jetzt. Und mit den ganzen in two days. Das andere war auch in two days, oder? Passt. Mit den höheren Tier-Items geht da schon was rein. Alles in two days. Food, Metal, Metal. So, bis dahin. Was haben wir noch? Fries, okay. So. Zack. Zack. Dann machen wir nochmal auf. John, Louis, ganz viele von den Männern, lol. 35.000. Ne. 35.500. So. Komm, John, willst du die Stiefel haben? Mhm. Das glaubst du immer noch nix, ne? Aber so kriegst du's so. John, ja, die Schuhe! Ah, hier wieder. Damit sie mal mehr Geld hat. This guy. Okay. Mehr Pin. Awesome. Komm, John, nimm die Schuhe, man. Found a little apple. Just Bonus und Herz und Awesome. Und Level Up. Juhu! Ja, nimm die Schuhe. Ah, dann ist das dran. M-Deaf geht extrem hoch. Ah ja. Tja. Jetzt kann ich meinen Bonus aufrechterhalten. Und dann geht's voller. Mini-Mädle. Ja. Hm, hm, hm. Den Flieschern. So. Alrighties. So. 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 Wirken weiter. Töööööö. Mini-Mädle. Witzinhundert? Too much. Jetzt krieg ich doch Nier-Pin. Awesome. My daughter-in-law asked me. Okay. Ok, ein riesiges Zeichen da für den. Na gut, alles klar. Mini Mädchen. 13, weil jetzt kriegt ihr mir ein Pit-Bonus, awesome, awesome shit. Ah, jetzt gehen wir in die Stadt. Nicht los, dann hier. Da ist noch ganz viel Model-Stuff, das nicht, ja. Den nehmen wir, das da können wir. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das da, das dann, alle Top-Tier-Sachen. Nein. Obwohl. Schild, Mitte, Helm, ups. Ja.